Für uns Grüne ist dieser Wahlkampf ein Comeback-Wahlkampf. Wir wollen wieder zurück ins Parlament, weil dort muss der Umwelt- und Klimaschutz mit starker Stimme vertreten sein. Wir möchten uns aber außerdem für die Bewältigung der Wohnkostenkrise einsetzen und wir wollen auch klare Haltung zeigen, das heißt wir wollen uns wieder für saubere Politik einsetzen. Die Umfragen sind vielversprechend. Wie ist denn Ihr persönliches Wahlziel für die Nationalratswahl? Mit viel Kreativität, mit Aktionismus, mit Leidenschaft und Herz rennen wir um jede einzelne Stimme. Nichts ist fix und wir hier in Verradlberg haben uns insbesondere als Wahlziel herausgehoben. Wir wollen das Grundbandat in Verradlberg zurückeringen.